in diesem video geht es um den begriffe elevation und depression ganz einfach erklärt elevation der beruf kommt dann vielleicht bekannt vor im englischen gibt es das wort elevator das bedeutet aufzug da geht er etwas nach oben hier sind wir im bereich des schultergürts der nach oben gezogen wird das heißt wenn wir einen achselzug machen das heißt den hier so ziehe ich die schultern nach oben das wäre eine elevation und depressionen wäre dementsprechend die den schultergürt nach unten zu ziehen hat also nichts mit dem gemütszustand zu tun oder mit einer psychischen krankheit sondern damit dass der schultergürt nach unten gezogen wird ist eine depression und hochziehen eine elevation das wäre schon bei fragen gerne die kommentare